So, was ist das blaue? Das hab ich vor uns schon nicht herausgefunden. Ah, hier ist eine Wippe. Auch nicht schlecht. So, und dann hier mal hoch. Ich muss nur mal schauen, ob hier vielleicht irgendwas ist. Kann man das kaputt machen? Oh, dann hab ich das bei dem ersten übersehen. Ja, ist ja aber nicht schlimm. Ein bisschen Erfahrung zu übersehen. Und hier muss ich auf jeden Fall hoch. Denn dort war eine geheimnisvolle Truhe. Okay, das hat nicht gereicht. Dann werde ich jetzt einfach eine Kiste dazu benutzen. Indem ich hier einfach mal eine herzsauberere. Und dann kann ich auch ohne Probleme hier hoch. Und öffnen. Du hast ein Sammlergemälde gefunden. Ja, schauen wir uns mal an. Oh, der Drache. Das sind anscheinend solche Artworks, die jetzt damit enthalten sind. Anstatt eben von besonderen Gegenständen. Und ich finde, das sieht richtig gut aus. Hier, diese Sachen haben zwar eher was von einem Wasserwesen. Aber es ist okay. Cool. Ah ja, ich glaube, ich habe auch gesehen, dass da auch noch Sammlergedichte sind, die man dann durchlesen kann. Und hier sind auf jeden Fall auch schon wieder Kisten, die es zu zerstören gibt. Und so. Oh. Ein Doppler. Was hat denn der jetzt gemacht? Jo, legt dich halt dort in die Stacheln rein. Optimal. Gehen die Teile jetzt eigentlich auch runter, wenn man Sachen drauflegt? Oh, wow. Das wurde schon mal geändert. Sehr gut. Da kann man da nicht mal herumtricksen. Und jetzt werde ich hier herübergehen. Wups. Ja, wie ich jetzt hier hochkomme, wahrscheinlich wieder mit Kisten. Ich werde sie einfach ausprobieren. Wieso auch nicht? Oh, die kommen jetzt immer hier gefährlich aus dem Hintergrund. So, dass man es nicht so leicht abschätzen kann. Aber in den Skeletten, da war das ja immer relativ eindeutig. Ah, okay, da kommt jetzt einer. Da baut sich gerade das Skelett auf. Aber hier ist das jetzt schon schwieriger. Und die Erfahrung möchte ich natürlich auch mitnehmen. So, und dann sind wir auch schon drüben. Oh. Hey, Kollege. Ja, die Erfahrung muss ich natürlich auch holen. Erstmal ablocken und ja, der springt auch wieder rein. Da sterben sie immer relativ schnell. So, gut. Der Ritter ist jetzt schon mal dran verreckt. Und, oh. Wie hat die denn jetzt zu mir hin teleportiert? Das würde mich mal interessieren, wie ich das hier gemacht habe gerade. Ja, komm auch nicht her. So, natürlich mal eine kleine Treppe bauen. Und, da muss ich auch irgendwie hoch. Oh, ja. Ich habe ja vergessen, dass ich den Ritter gar nicht mehr habe. Ja, bleib mal locker, ja. Hoffentlich hat der jetzt seine Erfahrung nicht wieder hier unten irgendwo liegen gelassen. So, die muss ich hier jetzt irgendwie hochpressen. So geht's auch, okay. Denn ich denke, dass zwei normale Kisten hier nicht ausreichen. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ups. Und hoch damit. Oh, hier kann ich mich hochziehen. So, da oben ist Leben versteckt. Das werde ich mir natürlich auf jeden Fall holen. Das kann ich auch gut gebrauchen. Oh, und da ist ein Bogenschützer. Und hier kommt auch direkt einer. Und auch die Sachen kann man wieder spammen. Mindestens halbwegs, dass sie nicht angreifen können. So. Ja. Optimal ausgenutzt. Und jetzt muss ich nur noch den Bogenschützen dort hinten erledigen. Das ist auch schon perfekte Kampfmusik dazu gewesen. So. Das mal umgedreht. Ja. Das höre ich dann gleich dort unten. Und ist hier oben noch was versteckt? Nein. Okay. So. Und da ist schon die nächste Pflanze. Aber dort oben sehe ich doch auch noch was. Wie werde ich das dort jetzt machen, ohne den Ritter? Ah, natürlich. Ich kann ja die Sachen hier umlenken. Kann ich auch die Pflanze direkt umlenken, ja. Das geht auch. Noch ein bisschen. So, weiter rüber und... Yes. Sehr gut. Liegt wieder einer hier. Müssen wir mal rein. Ich wundere auch, dass sie das Holz zerstören können, aber meine Kisten nicht. So, damit lebt er auch wieder. Perfekt. Und ich werde jetzt gleich von der Kiste bestimmt erschlagen. Und wieder ein Level aufstieg. Ja. Leider nur wieder ein Punkt. Ich werde mal den Frostpfeil nehmen. Bei vollständig gespannten Bogen erhält der Pfeil eine Frostwirkung. Die Gegner kühlt und verlangsamt. Kleinere Feinde erstarren durch zwei Treffen mit diesen Pfeilen zu Eis. Ein teilweise gespannten Bogen verursacht weniger Schaden und der Pfeil erzeugt keinen Frost. Bringt mir jetzt nicht so viel. Bewegungsunsichtbarkeit. Die Dieben ist für Feinde nicht sichtbar. Die Wirkung hält zehn Sekunden lang an, wenn sie still steht. Verpufft aber in Bewegung mit doppelter Geschwindigkeit. Okay. Hm. Ich hätte eigentlich gern das Feuerschwert, oder? Das hatte sich schon als sehr nützlich herausgestellt. Jo. Was ist Frostschild? Das Schild des Ritters wird einfach eiskalt. Und Nahkampffeinde, die den Ritter zu schlagen versuchen werden, durch das Frostschild verlangsamt und gefrieren. Ja, das nehme ich doch mal mit. Das klingt auf jeden Fall gut. Sehr schön. Und jetzt gilt es natürlich auch, hier wieder irgendwie herhochzukommen, um die Erfahrung einzusammeln. Die ja jetzt immer in mehreren Wegen vorhanden ist. Hier könnte ich es schon jetzt auch durch. Wahrscheinlich, ja. Was ist hier? Ach so, da ist noch was kaputt zu machen. Ich frage mich bloß, wieso das hier hängt. Dass man das hier so einschlagen kann wahrscheinlich. Sonst könnte man das hier bestimmt auch wegmachen. Ja. Ich frage mich bloß gerade, wo es weitergeht. Ich werde erstmal oben schauen. Nicht, dass ich da etwas übersehe, weil meistens geht es ja von links nach rechts und nicht irgendwie oben lang. Jetzt muss ich hier nur eine kleine Treppe anfertigen und schon geht es weiter. Warte, hier ist auch ein Checkpoint. Das war doch erst unten einer. Oh, hi. Okay. Ja. Probieren wir das mal aus. Ja. Ein bisschen verlangen, so ein bisschen damit ja schon. Der scheint auch ein Stück größer zu sein, oder? Habe ich das übersehen? Also gibt es jetzt hier zwei Möglichkeiten, das Level weiterzumachen, oder wie ist das zu verstehen? Hier ist doch bestimmt noch mehr, oder? Ne, hier war ja nur dieser große Stein. Okay, da wird er nicht mehr sein. Ja, dann werde ich jetzt erstmal oben lang gehen, oder so. Das kann man hier doch auch... Kann man das nicht kaputt machen, oder? Aber... Wie ist der Stein dann hier? So, und jetzt können wir auch nicht mehr zurück, oder? Kommen wir hier noch zurück? Ne, okay, da gibt es mehrere Wege. Wow, das ist neu. Da muss man anscheinend, um jegliche Erfahrung mitzunehmen, mehrmals rein. Oder der andere Weg war eben... war der, den man als erstes gehen sollte. War für mich jetzt aber nicht so zu erkennen, um ehrlich zu sein. Hm, ein Gedicht? Merkwürdig. Ein Gedicht, jo. Meine Schwester ist hübsch, hat bezauberndes Haar. Ich lieb sie ganz doll, auch noch im achten Jahr. Okay. Ja. Jetzt werden ja auch noch Inzest-Geschichten rausgeholt, oder? Wie ist das jetzt gemeint? So, jetzt muss ich irgendwie da hochkommen, anscheinend. Ich weiß nicht, muss man das so irgendwo machen, aber da muss ich erst mal hier hochkommen. Eins habe ich mitgenommen, aber das ist natürlich noch nicht genug. Und das zweite auch, okay. Ah, hier ist ja ein Doppler. Gar nicht gesehen. Ja, Kollege. Jetzt reicht es ja aber auch. Und das kann ich natürlich auch wieder zerstören. Für Erfahrung habe ich ja jetzt gelernt. Hier hinter scheint nichts zu sein. Ah, wegen den Stacheln geht das nicht. Deswegen zerploppt das. Hätte man die blockiert, äh, wieso ist das denn durchgekommen? Ich sollte besser nicht fragen. So. Hier ist auf jeden Fall wieder was versteckt. Aber wenn man mal in die Statistik schaut, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo das ist. Ne, hier ist es nicht. Ähm, ne, hier ist es auch nicht. Auf jeden Fall gibt es hier jede Menge Erfahrung in jedem Level. Wofür sind diese Baumstämme hier? Ah, das ist eine Leiter. Oder, ah ne, das ist für das Wasser, dass man das umleiten kann. Genau. Und da ist natürlich auch wieder was, was ich hier zerstören kann. Sehr gut. Auf jeden Fall sind die Level... Was für ein rüstig aussehender Fels. Ah, aber das ist eine Riesenschnecke. Genießt eine Dusche. Äh, die Level kommen mir auf jeden Fall auch länger vor. Vielleicht, weil ich sie noch nicht kenne. Das kann natürlich damit zusammenhängen. So, erstmal Wasser wieder umleiten. Oh, und damit ist anscheinend was mit der Schnecke hier los, oder? Ja. Da geht sie. Einen gesunden Appetit hat die Kleine. Okay. Die wird jetzt ja erstmal, ja, ihr Frühstück machen, oder was auch immer sie da macht. So, ja, hier ist noch mal Erfahrung. Da oben auch. Und, ist hier sonst noch was? Ansonsten war es das, glaube ich, von dem Level, oder? Nee. Das ist noch lange nicht vorbei. Was ist das? Was auch immer das war. Ich bin froh, dass es die andere Richtung eingeschlagen hat. Ja, und wir rennen natürlich direkt hinterher, so wie wir es immer machen. Wow, hier oben ist auch wieder was. Das kann man so runterholen. Oh, und ein Vogelschützer, der würde einfach mal runtergeworfen. Die halten auch nicht sehr viel aus. Und, oh, hier geht es aber noch hoch hinaus. Ja, wie kommt man denn jetzt ganz nach oben? Kommt man dann noch höher? Nee. Huh. Eine sehr interessante Aufgabe, wie man hier dann hochkommen wird. Ja, das interessiert mich gerade aber schon, ne? Kann man hier irgendwie... Oh, das geht auch. Kann man das irgendwie ausnutzen. Vielleicht muss man hier auf diese Objekte dann springen. Okay, und jetzt... Und, oh, da hätte es fast funktioniert. Ah, jetzt ist es leider ein bisschen vom Weg abgekommen, oder? Nee, es geht wieder hier perfekt drauf. Und, wow, damit habe ich das auch erreicht. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut.